Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Vielleicht ist Ihnen ja auch schon mal schwindlig geworden. Ein unsicheres Gefühl, vielleicht hat es geschwankt, vielleicht hat sich alles um Sie herum gedreht. Schwindel hat viele Phänomene und Hausärzte erzählen, dass rund 10 Prozent der Patienten über solche Symptome klagen. Und im Alter wird es eher noch schlimmer. Dabei kann man häufig an den Symptomen schon erkennen, welche Ursachen dahinter stecken und darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Prof. Dr. Peter Urban. Er ist Chefarzt der Neurologie an der Asklepios Klinik Bahnweg. Schön, dass Sie da sind, Herr Prof. Urban. Schwindel kann man häufig schon an den Symptomen erkennen. Das sagen Sie ja auch. Diese Anamnese, also diese Bestandsaufnahme ist wichtig. Wie kann sich denn Schwindel anfühlen? Schwindel kann sich sehr unterschiedlich präsentieren. Es ist ja ein subjektives Symptom, was wir als Ärzte so nicht objektiv nachweisen können. Dennoch ist die Anamnese, also das, was uns der Patient berichtet, ganz entscheidend für die weitere Differenzierung. Also Schwindel kann sich äußern als Drehschwindel. Heftiges Drehen, die ganze Umwelt dreht sich, das Zimmer dreht sich, wie auf einem Karussell. Oder es kann ein Schwanken sein, wie zum Beispiel auf dem Schiff, wo der Boden wankt. Aber es kann auch mal eine Gangunsicherheit gemeint sein. Das heißt, der Patient sagt, also im Sitzen und im Liegen habe ich kein Problem, aber sobald ich auf den Beinen gehe, fühle ich mich ganz unsicher. Oder manchmal meint man damit auch eher ein Benommenheitsgefühl. Und das würde wiederum ganz andere Konsequenzen haben. Also das gilt es zunächst mal klarzustellen. Das heißt, dass es dann wahrscheinlich auch um Begleitsymptome geht, vielleicht Sehen hören? Ja, die nächste Frage ist eigentlich eher die, besteht dieser Schwindel, wenn das ein Schwindel im engeren Sinne ist, wie zum Beispiel ein Drehen oder ein Schwanken, dauerhaft oder tritt das attackenförmig, also immer wieder erkehrend auf? Und dann die nächste Frage auch, ja, wenn es immer wieder erkehrend auftritt, wie häufig, wie lange dauern diese Schwindelepisoden an? Sekunden, Minuten, Stunden? Oder besteht der Schwindel, der vielleicht akut aufgetreten ist, jetzt schon seit einigen Tagen und hat die Tendenz jetzt allmählich besser zu werden? Oder besteht er schon seit vielen Wochen oder sogar Monaten? Das ist ein ganz wichtiger weiterer Parameter, der uns sogar schon auch eine gewisse Differenzierung erlaubt, um welche Ursache es sich handelt. Auch die Tageszeit, zu der er normalerweise auftritt, wenn man es sagen kann? Weniger, eigentlich vielleicht eher die Auslösefaktoren. Das kann zum Beispiel dann das Umdrehen im Bett sein, oder der Patient wird nachts wach davon, wenn er sich mal anders dreht. Oder beim Aufrichten morgens, ja, sehr häufig dann beim gutartigen Lagerungsschwindel. Das wäre dann ein ganz typisches Merkmal, sodass man dann als Neurologe schon fast eine sichere Diagnose hat, wenn das so eindeutig geschildert wird. Tritt immer auf, dann beim Aufrichten, beim Umdrehen im Bett mit heftigen Drehschwindel, Übelkeit dauert da nur ein, zwei Minuten an. Oder Verstärkung zum Beispiel bei Bewegungen, Kopfbewegungen oder beim Gehen oder Begleitsymptome, Übelkeit, Erbrechen oder wenn Doppelbilder auftreten, dann hat das wieder natürlich ganz andere Konsequenzen. Und dann weiß man wieder als Neurologe, in welche Richtung man dann denken muss. Oder zum Beispiel Ohrsymptome, wie begleitende Hörminderung oder das Auftreten eines Ohrgeräuschs oder Völlegefühl im Ohr. Das ist eine ganze Menge. Richtig. Das setzt ja dann voraus, dass der Patient sich selbst schon gut beobachtet hat und dass er das vor allem auch formulieren kann. Haben Sie wirklich nur die Befragung, um festzustellen, um welche Art Schwindel es sich handeln kann bei der Anamnese? Die Befragung ist der Einstieg. Und wir können dann, sage ich mal, eine Verdachtsdiagnose schon formulieren. Man dekliniert sozusagen im Hinterkopf als Neurologe schon so die infrage kommenden Möglichkeiten einmal durch. Und dann zur Bestätigung seiner Hypothese ist der nächste Schritt, dass man dann den Patienten sorgfältig klinisch untersucht. Und da geht es einmal um die Funktion des Gleichgewichtsorgans, wo dann verschiedene klinische Tests eingesetzt werden. Da spielt auch die Augenbeweglichkeit eine ganz wichtige Rolle, weil die Augenbewegungen auch mit dem Gleichgewichtsorgan, dem sogenannten Vestibularorgan, eng verbunden sind. Und auch andere Tests mit dem Reflexhammer beispielsweise, Stand- und Gangprüfungen. Das ist ganz wichtig. Und wenn man jetzt die Anamnese, also die Vorgeschichte, und wenn man da ganz zielt nachfragt und auch die körperliche Untersuchung hinzunimmt, auch mit bestimmten Lagerungstests, dann kann man sicherlich sagen, 80 Prozent der Schwindelursachen und Schwindelerkrankungen lassen sich damit schon sehr zuverlässig differenzieren. Welches sind denn die häufigsten? Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, wo die Patientin oder wem man fragt. Ein Hausarzt hat ein etwas anderes Spektrum als ein Neurologe, ein niedergelassener Neurologe. Ein niedergelassener Neurologe hat wieder ein anderes Spektrum als eine vielleicht Spezialsprechstunde für Schwindelerkrankte. Also insofern ändert sich da so ein bisschen die Zusammensetzung. Aber einheitlich ist, die häufigste Schwindelursache ist der gutartige Lagerungsschwindel. Also das ist die Erkrankung, die wir schon kurz angesprochen hatten, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Umdrehen des Kopfes oder Seitwärtsdrehen des Kopfes im Bett zu Schwindel führt oder das Aufrichten oder das Nach vorne Neigen des Kopfes. Oder ich erinnere mich gut noch an eine Patientin, die immer im Zahnarztstuhl dann heftige Schwindelattacken bekam durch die Kopfreklination. Ach, das muss ja keine Angst vorm Zahnarzt sein. Nein, das muss ja keine Angst vorm Zahnarzt sein. Das hat es aber auch nicht besser gemacht. Und das ist eine sehr häufige Ursache, dass die auch eines von Schwindel Episoden, die kurz anhalten und leider doch immer wieder auftreten können. Und zugrunde liegt der Umstand, dass im Innenohr so kleine Kristalle sind, bei jedem von uns, die wichtig sind, um entsprechender Schwerkraft. Also wenn ich meinen Kopf zur Seite neige, führen diese Kristalle dazu, dass Sinneshärchen abgelenkt werden und ich auch im Dunkeln weiß, wie mein Kopf steht. Und diese kleinen Kristalle, die können sich lösen, spontan lösen und dann in sogenannten Bogengänge eingegliedert werden. Und das führt dann zu einer unphysiologischen, also nicht normalen Aktivierung des Gleichgewichtssystems. Und das kann dann zu diesen Schwindel Episoden führen. Und das kann man durch ein bestimmtes Lagerungstraining, bestimmte Übungen, die man dem Patienten zeigt oder auch Befreiungsmanöver, dann auch wieder rückgängig gemacht werden. Und der Patient kann dadurch auch effektiv behandelt werden. Also schütteln Sie es sozusagen aus ihm wieder heraus? Ja, wirklich, kann man schon fast so sagen, in der Tat, ja. Also diese kleinen Steinchen werden aus den Bogengängen dann wieder herausgeschleudert und dazu sind ganz spezielle Lagerungstechniken notwendig. Also eine, sag ich mal, im Patienten sehr beeinträchtigende Symptomatik, sehr lästig, aber harmlos. Wenn man das einmal gehabt hat, ist man dann ein Kandidat dafür, dass es auch wiederkommt? Ja, leider. Also die Wiederholungsrate liegt so etwa bei 10 bis 20 Prozent. Das muss man dem Patienten dann auch sagen, sodass er dann auch informiert ist, was dann zu tun ist und an wen er sich dann wenden kann, der sich damit auskennt. Betrifft das jeden? Kann jeden betreffen, ja. Also auch junge Leute? Nein, ja, nein. Also ja, also grundsätzlich jeden, aber tendenziell ist das eigentlich eine Erkrankung, die so jenseits des 50. Lebensjahres eher auftritt. Wenn das Jünger betrifft, dann posttraumatisch zum Beispiel nach einer Schädelverletzung oder wenn es dann ein Anpralltrauma gab, eine Schädelprellung, dann kann einfach dann durch diese physikalischen Kräfte, können dann diese kleinen Steinchen dann gelöst werden. Aber wenn das spontan, ohne äußere Ursache auftritt, eher eine Erkrankung des älteren Menschen. Und was ist außerdem noch eine häufige Erkrankung, vielleicht die zweithäufigste? Ja, die zweithäufigste stellen sogar nichtorganische Ursachen dar, also der sogenannte funktionelle Schwindel, psychogene Schwindel. Das ist immer eine Ausschlussdiagnose und das setzt eine ganz sorgfältige Untersuchung des Patienten voraus, auch mit operativen Methoden und stellt häufig einen Teil einer Angsterkrankung dar. Ja, Angst kann sich auch tatsächlich dann als Schwindelsymptomatik äußern. Und es gibt auch weitere Indizien, die dafür sprechen können. Also wenn zum Beispiel Patienten dann im Zusammenhang mit Schwindel dann auch andere Angstsymptome haben, zum Beispiel über weite Plätze zu gehen oder enge Räume zu betreten oder ein Klosgefühl dabei im Hals oder auch sagen, ich habe dann dabei Angst. Das hat natürlich dann wieder ganz andere therapeutische Konsequenzen. Einmal die Aufklärung des Patienten über die von der organischen Seite Harmlosigkeit der Erkrankung. Was ja schon beruhigt. Was schon mal häufig beruhigt und vielfach ausreicht. Dann wird man den Patienten dann auch zu körperlicher Aktivität raten, gegebenenfalls auch in Kombination mit Physiotherapie. Und wenn das noch nicht genügt, dann können auch verhaltenstherapeutische Ansätze dann zum Zug kommen. Moment, wieso Physiotherapie? Ja, in der Tat, weil der Patient wieder ein bisschen mehr Zutrauen in seine eigenen Körperfunktionen dann auch benötigt. Und da kann man auch dem Patienten durch Physiotherapie eine gewisse Brücke bauen. Also er lernt dann sozusagen, das als normal zu erkennen. Und da kann eine Physiotherapie durchaus in einem Gesamttherapiekonzept hilfreich sein. Ach so, weil zum Beispiel zu einem Angstproblem Verspannungen kommen können oder Fehlhaltungen, die man dann auch physiotherapeutisch lösen könnte und dadurch dann das Schwindelproblem? Ja, der Patient hat schon ein verändertes Körpergefühl. Und das muss man versuchen wieder zu normalisieren. Und dazu können dann auch Bewegungsübungen gehören. Und unter Anleitung zum Beispiel von einem Physiotherapeuten. Also, sagen wir mal, der veränderte Sollwert wird wieder versucht, normalis einzustellen. Welche Krankheiten gibt es noch? Ja, eine Erkrankung, die man noch gar nicht so lange als eine häufige Ursache für Schwindelerkrankungen identifiziert hat, nämlich eine Migräne. Migräne ist ja eigentlich eine typische Erkrankung des jungen Menschen mit Kopfschmerzen, Licht, Lärmempfindlichkeit, vielleicht Sehstörungen, Lichtblitzen. Das sind so typische Migräne-Symptome. Und beim älteren Menschen, wobei älterer dann schon so ab dem 40. Lebensjahr meint, ändert sich das Bild häufig. Und dann kann Schwindel ganz im Vordergrund stehen, mit leichten, dumpfdrückenden Kopfschmerzen, die ihren etwas anderen Kopfschmerzcharakter haben, als die jahre zuvor aufgetretenen Migräne-Attacken. Und das lässt sich, wenn man das erstmal identifiziert hat, eigentlich gut behandeln. Das macht mindestens 10 Prozent aller Schwindelursachen aus. Und die Form des Schwindels, die dabei aufkommt? Ja, das ist echt heterogen. Das kann ein Minuten bis Stunden, selten auch mal tageanhaltender Schwank- oder Drehschwindel sein. Und ist das dann im Vorfeld der Migräne? Ich habe gelesen, dass es, wenn Menschen unter einer Aura leiden vor der Migräne, dass da dann häufig der Schwindel vorkommt? Also der Schwindel ist dann quasi die Aura. Und die Kopfschmerzen treten dann meistens kurz danach auf. Und die Besonderheit ist aber, dass eben die Kopfschmerzen, die sich dann präsentieren im Zusammenhang mit dem Schwindel, eher etwas in anderer Natur aufweisen als die typischen Migräne-Kopfschmerzen. Die sind dann nicht mehr halbseitig, klopfend pulsieren, sondern eher dumpfdrückend betreffen den ganzen Kopf. Sodass dann, dass es auch ein Grund ist, weshalb die Diagnose nicht selten dann auch verpasst wird. Und wenn sie dann doch richtig getroffen worden ist, wie können Sie das denn behandeln? Ja, es ist eigentlich relativ einfach zu behandeln, nämlich analog zu einer Migräne-Attacke. Man würde dann zwar keine Tryptane geben, also das sind bestimmte Substanzen, Medikamente, Serotonin-Agonisten, die man bei einer schweren Migräne einsetzen kann. Man würde dann schon auch mit nicht-steroidalen Antiflogistika behandeln, Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol, teilweise auch hochdosiert, teilweise auch intravenös. Also Entzündungshemmer und Blutverdünnende. Verdünnner, ja, wobei die Blutverdünnner jetzt da nicht so die richtige, das Entscheidende, der entscheidenden Aspekt darstellen, sondern schon das Entzündungshemmende. Weil man weiß, dass bei der Migräne eine neurogene Entzündung auch der Gefäße vorliegt, was dann auch zu der Schmerzhaftigkeit führt. Und ist das heilbar, diese Art von Schmerzhaftigkeit? Ja, heilbar nicht in dem Sinne, dass man die Ursache beseitigen kann. Die Ursache der Migräne ist, auch wenn es eine Volkskrankheit ist, mal abgesehen von einigen seltenen erblichen Fällen, bei denen man einen Gendefekt findet, zum Beispiel bei der familiären hemiplegischen Migräne, immer noch nicht genau geklärt, welcher Gendefekt tatsächlich vorliegt. Es gibt ja eine starke familiäre Belastung. Häufig sind weitere nahestehende Angehörige auch von der Migräne betroffen. Ein Anzeichen. Aber eine Art Gentherapie in dem Sinne, dass man die Ursache da beseitigen kann, die ist nicht in Sicht. Es zeichnen sich am Horizont momentan sehr spannende Entwicklungen an, ab für die Behandlung einer, sag ich mal, üblichen Migräne. Ob das dann auch bei der Vestibulian-Migräne, also der Form, die für den Schwindel verantwortlich ist, dann auch eingesetzt werden kann. Dazu gibt es im Moment noch keine Daten. Gibt es, also kann der Schwindel ein Symptom sein für eine Krankheit, mit der ich sofort zum Arzt muss? Ja, in der Tat. Deswegen raten wir auch Patienten, die erstmalig Schwindel haben, tatsächlich direkt in eine Notaufnahme einer neurologischen Abteilung zu gehen. Weil es kann in der Tat auch was Ernstes dahinter stecken. Das betrifft auch wieder fast 10% der Patienten, nämlich einen Schlaganfall. Also ein Schwindel, akut auftretender Schwindel, kann erst Symptom eines Schlaganfalls sein. Das spielt sich dann im Hirnstamm ab. Das ist eine Hirnregion zwischen Rückenmark und Großhirn, weil dort nämlich die Nervenzellen liegen, die den Ursprung des Gleichgewichtsnervens bilden. Und wenn dort Durchblutungsstörungen auftreten, dann kann sich das in Form eines Drehschwindels äußern oder auch ein Schwankschwindel in Verbindung mit Übelkeit, Erbrechen, Fallneigung zur Seite. Also das ist eine wichtige Differenzialdiagnose. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Infarkt im Hirnstamm sich nahezu ausschließlich äußert durch den Schwindel. In der Tat, ganz genau. Das ist auch plausibel, weil eine andere Form einer akut auftretenden Schwindelerkrankung ist. Die Neuritis vestibular ist also eine Entzündung des Gleichgewichtsnervens. Und die Nervenzellen, die diesen Nerv bilden, die liegen tatsächlich im Hirnstamm. Und die Symptomatik ist dann konsequenterweise identisch, ob jetzt die Nervenzellen im Gehirn betroffen sind, zum Beispiel jetzt von einer Durchblutungsstörung, wie beim Schlaganfall, oder die Schädigung außerhalb des Gehirns liegt und dort eine Entzündung vorliegt. Das heißt also auch da, wie beim Infarkt dann auch, heißt es, jede Minute zählt und sofort, damit Sie das dann auflösen können, sozusagen? Völlig richtig. Dann würden sozusagen die Mechanismen einer Schlaganfallbehandlung greifen. Und in der Tat, time is brain. Also da zählt dann wirklich jede Minute, um den Patienten dann gut helfen zu können. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, den Sie uns gegeben haben. Ich hoffe auch, Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com schrägstrich Nachtvorlesung. Und auf YouTube. Werden Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017